Musik Yo Leute und willkommen zurück zu Need for Speed World Und vor uns ist der letzte Gem, den ich heute brauche, dann kriegt man halt so ein Tagesgeschenk Und ja, ich habe ein kleines bisschen nur gefarmt, also ich wollte eigentlich mehr farmen Und damit haben wir alle Und wir kriegen eine Kiste Radar Okay Ja, werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber es gibt auch nochmal Geld, also ist gar nicht schlecht Ich habe oben mal ein bisschen die Karte aufgemacht Und ja Das müsste dann eigentlich weg So Wir fahren weiter ein paar Rennen Und Ja Ich brauche noch 5 Stufen Vom Geld her sollte es sich glaube ich ausgeben Und hier ist gerade ein Spieler gejoint Mit seinem Chiroco Oder auch hier weg Und ich suche mir mal ganz kurz einen Sprint Weil der ist direkt hier vorne Und während ich aufnehme lag das bei mir leider ein bisschen, aber Naja Nehmen wir uns ein Eclipse So Vor uns ein G35 Ne Ne Ist nicht Ist ein Lexus LFA oder so Ich weiß nicht genau Irgendwie Auf jeden Fall ein Lexus LFA sieht nochmal anders aus Aber ich habe das Lexus Emblem nicht gesehen So und er schafft schon 200 Ja Traffic Magnet Ist mega Eigentlich Weil jetzt gerade eh kein Magnet kommt Ja ich habe ein bisschen Ähm Mal geguckt was die Powerups machen Ich habe jetzt gerade drin Nitro Das ist ja klar Ähm Dann rechts ist Also dieser Fall Wenn ich weiter hinten liege Dann kann ich dadurch schneller werden Also aufholen Und ganz links ist halt dieser Traffic Magnet Wie ich ihn gerade abbekommen habe Der ist aber nutzlos Und unten damit füllen sich die Powerups Schneller auf Und what the fuck Das nutzt ihm doch eh nichts Wird doch eh verlieren Naja die fahren halt ein bisschen asozial dann Also bisher sieht es eigentlich Eigentlich ganz gut aus Und ich sollte mir den Wagen Nicht so sehr kaputt machen Weil den zu reparieren kostet Geld Oder wenn es schon bei einem Silvia 13.000 kostet Den komplett zu reparieren Wenn er dann noch so einen Strich hat Dann will ich nicht wissen Wie es bei einem Aventador oder Was später noch alles gibt Ähm Ja wie es dann aussieht So Come on 78% noch Ist noch ganz gut Und endlich ist das Bild hier mal ordentlich geladen Ich finde das sieht ganz cool aus So das gibt nochmal 1700 Cash Und wir nehmen Mit der Rapid Wie viel Das mit den Skills habe ich noch nicht ganz verstanden Aber naja Wir fahren hier das Event mal So Weil im Endeffekt fährt man ein Auto durch Rennen Und man hat keine Story oder irgendwie sowas Aber es ist trotzdem Es macht Spaß Und Es ist so vom Gefühl her So ein Need for Speed 2015 Ohne Story So vom Gefühl her Und dass man weniger Geld bekommt Für das was man macht Aber sonst Geht das eigentlich klar Also mit Freunden kann man das Finde ich ziemlich gut spielen Und jetzt wollen alle nur noch Mich mit irgendwelchen Traffic Magnets zitten Und das Handling ist ein bisschen Gewöhnungsbedürfiger Als 2015 Weil das habe ich halt auch gespielt Deswegen kann ich das so ein bisschen bewerten Zwar nicht auf dem PS4 Controller Aber auf dem Laptop mit Maus und Tastatur Weil ich das auf meinem PC Leider nicht spielen kann Und ja Wahrscheinlich wegen dem Prozessor Weil der ein bisschen zu alt ist dafür Aber irgendwie Ja Setzen die Gegner Nur Traffic Magnets an Und das hat ordentlich Damage gegeben gerade Also nervig ist er Aber Im Endeffekt Jetzt sehe ich das effektivste Item Und das war es auch schon Na ja So Nochmal 2000 Und wir wählen Das Extended NOS Oh das ist aber Das klingt gut Das nehmen wir mal Dann nützt das auch mehr Powerups Card Wo war das jetzt Das weiß ich Change Driver Change Car Card Packs Nein Card Packs ist nochmal was anderes Powerful Console Ne das ist jetzt das andere Das sind diese Items Die man im Spiel hat Äh Customization Skill Workshop Da So Nitros Cooldown Bei Das ist gut Increase the cooldown speed of one flats Wir können mal eben alles da Machen Cops Radar Das braucht man auch ja später Aber solange wir Ehe noch nichts Ach naja Ehe Noch Äh Kann ich nicht reden Ehe noch keine weiteren Karten haben Und uns überlegen müssen Was wir rein Können wir erstmal alles reinhauen Und ja Wir fahren für heute noch ein Rennen Würde ich sagen Oder vielleicht auch noch zwei So Müssen wir mal ganz kurz aus dem Spiel trimmen Damit die Zeit Ja sieben Minuten Kann man noch so zwei fahren Das will er anscheinend nicht So Jetzt Mal ganz kurz gucken Egal Fahren wir einfach So Leider kein Perfektstar So Und zwei 240SX dabei Sehr cool Also ziemlich schöne Wagen Werde ich mir auch im Laufe des Blitzplays kaufen Wahrscheinlich werde ich es so lange machen Bis ich jedes Auto habe Weil das kann ewig dauern Das hat das Let's Play über 1000 Folgen Je nachdem natürlich wie lang die sind Die sind natürlich unterschiedlich lang alle Vielleicht werde ich es so machen Ungefähr 15 Minuten pro Part Ab jetzt so Aber das variiert natürlich sehr stark Vor allem Je nachdem Vielleicht werde ich auch Schneiden Mal gucken Ist halt bei so einem Rennspiel wieder Minecraft Wenn ich das mal irgendwann spiele Werde ich auf jeden Fall schneiden Das macht auch sehr viel Spaß zu schneiden Aber das ist so Rennspiele generell Die gucke ich auch lieber relativ ungeschnitten Ich meine Walle zum Beispiel Ist einer meiner Lieblings YouTuber Muss man so sagen Ähm Der macht halt auch relativ viel Rennspiele Der schneidet da auch einiges Nicht viel aber einiges Und das ist noch ganz cool Aber Da gucke ich auch gerne Na So YouTuber die so Rennspiele komplett schneiden Finde ich nicht so cool Oder Nicht die YouTuber Sondern die Videos Sagen es mal so Weil es zu einem Rennspiel nicht passt Finde ich Ist eigene Meinung Generell mag ich Oldschool Gaming Dann doch teilweise mehr Wo wenig geschnitten wird Vielleicht liegt es auch daran Man wusste ich selber nicht Wo ich ausweichen will Und das ist natürlich nochmal So ein bisschen Damage dann Gewonnen So Mittlerweile auch schon Level 6 So Wie viel bringt denn das ungefähr? 622 Ja Naja Hab ich jetzt nicht genau geguckt Wir nehmen ganz links Ah License Plate Wow NDB Verkaufe ich wahrscheinlich Ich lasse wahrscheinlich mal so das Standardmäßige Und wir fahren mal direkt noch das nächste Sorry Ja ein bisschen zu früh aufs Gas So 2200SX Ein Lexus Ein Infiniti G35 Ja Ein Golf Golf ist ja nicht so das Auto was ich mag Also Es kann Also die ganz alten Golfs finde ich jetzt nicht wirklich schön Äh Die neuen So 6 5, 6, 7 Die sind dann schon ganz Schnieke Jetzt nicht meine Lieblingsfahrzeuge auf keinen Fall Aber Wenn man so Guckt was es sonst noch an der Preisklasse gibt Dann ist das schon Was ganz schönes Ich glaube es sind Golfs So ein Golf 7 Das ist glaube ich Kostet ja ungefähr 17.000 Oder so Bin ich mir aber auch gerade nicht sicher Wenn ihr es wisst Könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben So Und schauen wir 50% gleich So Er hat Traffic Magnet eingesetzt Auf den ersten Aber es kommt kein Verkehr So Oh Gott ich bin gerade mal dritter Ich glaube nach der Kurve Je nachdem ob man direkt eine Kurve sieht Oh ne ja Falsche Taste So Nitro Ich habe nicht wirklich das Gefühl Ich werde deutlich schneller Aber Man scheint ja doch So Turfing Magnet Ist das ein echter Spieler jetzt Egal wir haben gewonnen Das ist doch Keine Ahnung So Kodierung Kodierung überlastet Danke Wenn ich so war 13 Minuten Dann noch ein bisschen in der Garage rumgucken So So Save 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 So dann gucken wir mal Customization Ist das bei Veneers? Ne Veneers Keine Ahnung Ich glaube kaum Äh Paint Ne Auch nicht Ich habe keine Ahnung was das war Aber naja Dann gucke ich jetzt noch Weil ich habe ja ein bisschen was Inventar Äh Eine Sache im Inventar hier Bei License Place Wenn das jetzt Ich glaube nicht dass das sonderlich cool aussieht Aber naja Ne Es sieht scheiße aus Muss ich mal sagen So Das müsste ich Kann ich das verkaufen? Äh Ich glaube das bringt nichts Naja das bringt leider nichts Aber naja Ich hoffe euch hat das Video gefallen Wir sehen uns das nächste Mal Bis dann Ciao 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 Ciao